Der Zona-Mikrofon und wir machen weiter mit der Ress-Aufgabe und zwar brauchen wir drei Hühnerfedern, einen Witchweinhauer und einen Wolfszahn. Ihr bekommt diese Hühnerfedern am besten hier bei der eisernen Farm. Der hat nämlich direkt zwei Hühner hier rumspringen. Das dritte Huhn findet ihr dann einfach in der Wildnis und killt es und dann einfach die Feder aufsammeln. Das Wildschwein macht ihr am besten bei Colossal Crops. Da ist es auch schon im Gehege hier. Braucht ihr auch nicht lang suchen. Einfach hier killen, mit Schweinhauer aufnehmen und schon habt ihr das zweite Item. Den Wolfszahn, der ist etwas schwerer zu finden, weil ich habe auch relativ lange für Wölfe gesucht. Die sind natürlich hier irgendwo in der Wildnis. Killt den Wolf und holt euch den Zahn. Vielleicht müsst ihr ein bisschen länger suchen. Vielleicht habt ihr Glück und findet direkt den Wolf. Ich wünsche euch das Beste auf jeden Fall. Und wenn ihr das drei alle Zutaten habt, dann geht ihr hier wieder zu eurem Ress mit ungefähr geschätzt eine Million anderen Spielern und gebt das mit euch ab und ich kann euch beruhigen. Die schlechte Nachricht ist, ihr müsst danach wieder fünf ungewöhnliche Aufträge machen. Bis dann. Bis dann.